Hallo, schön, dass du da bist zur Stierlegung für die zweite Jahreshälfte 2023. Wir starten gleich mit dem Licht- und Schattendero für dich in die kommende Jahreshälfte. So, du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. Holla, die Waldfee, das geht ja flott heute bei dir. Drei der Münzen, vier der Kelche. Bam, 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 bam. Du hast dir ein Miteinander, eine Zusammenarbeit mit jemandem anders vorgestellt. Hier sind entweder, ist es ein Familienzusammenhalt, ja, wie man sich in der Familie hier gegenseitig unterstützt oder auch unter Freunden, oder es ist ja ein Projekt, Arbeitskollegen, wo man hier an einer Sache arbeitet. Du hast ja das irgendwie anders vorgestellt, ja. Okay, schauen wir weiter. Irgendetwas hast du dir hier anders gedacht, als es hier momentan ist. Neun der Kelche. Ich glaube, eigentlich könntest du ganz zufrieden sein. Ja, ich glaube, das ist so typisch. Ja, man hat so eine Vorstellung im Kopf und wenn das dann nicht ganz so perfekt ist, wie man sich das vorgestellt hat, dann zweifelt man ein bisschen. Mir kommt aber rein, das ist nur ein kurzfristiges Zweifeln. In Wahrheit kannst du dich sehr glücklich schätzen in deiner Situation, in der du gerade bist. Schau nicht auf das Leere, auf das Negative, was ich noch nicht habe. Aha, ja, was ich ja auch gerade wahrnehme ist, mit den drei der Münzen, da ist man ja noch nicht bei den zehn der Münzen angekommen. Ja, der Weg ist das Ziel sozusagen. Hier wird noch gearbeitet an etwas. Hier wird vielleicht noch an der Beziehung gearbeitet. Hier wird an einem Projekt gearbeitet. Ja, ganz egal. Und es könnte ja sein, dass du hier das Ergebnis noch nicht sehen kannst. Du schaust vielleicht nur hier auf diese Wolle und du kannst das Ergebnis noch gar nicht sehen. Ja, glaube mir, das Ergebnis ist bald da. Ja, das ist, du kannst es noch nicht sehen, aber es ist schon, es ist bereits da. Ja, und zwar im Miteinander, indem das hier schon auf dem Weg seid. Ja, natürlich, wenn man hier ein Projekt hat oder auch eine Beziehung hier aufbaut oder eine Familie aufbaut, ganz egal, um was es hier geht, es geht hier auf jeden Fall um einen Aufbau. Im Aufbau selbst ist das Ergebnis noch nicht sichtbar. Ja, das ist ganz normal. Du kannst dich hier freuen. Du bist auf einem guten Weg mit dem König der Münzen. Kommst du auch, glaube ich, wieder in deine Energie, beziehungsweise hast hier ein Gegenüber, das hier sehr zuversichtlich ist und hier darauf vertraut, dass auch harte Arbeit belohnt wird. Ja, gut. Oder du kommst hier einfach selber wieder ins Vertrauen. Ich sehe hier aber auch, dass deine Mitmenschen hier sehr optimistisch sind und sehr stark im Vertrauen. Keine Angst, keine Sorge. Vielleicht hast du ja auch Sorgen, dass das Ganze nichts wird. Ja, keine Panik, keine Panik. Bleib hier in deiner Leichtigkeit, in deinem Glück hier. Alles wird gut. Nur weil du hier etwas noch nicht erkennen kannst, sozusagen. Ein Resultat erkennen kannst. So, der Wagen geht doch. Also hier geht es dann vorwärts. Hier wirst du erkennen, plötzlich ist alles zu viel hier. Ja, plötzlich ist hier ein irrsinniger Fortschritt. Plötzlich erkennst du die Resultate. Ja, und es geht hier plötzlich viel schneller vorwärts als bevor. Ja, wenn man hier schaut, die drei der Münzen, das ist natürlich irrsinnig langsam. Ja, hier hat man einen ganz dünnen Faden. Da strickt man und webt man. Und man hat vielleicht viel Arbeit, trifft viele Vorbereitungen, viele Kleinigkeiten, die auch gemacht werden müssen. Und irgendwie sieht man hier noch kein Ergebnis. Ja, ganz im Gegenteil hier. Hier wird es dann rasant vorwärts gehen. Und du wirst das Ganze hier erkennen und plötzlich wahrnehmen auch, ja. Jetzt lege ich hier noch ein bisschen. Was du hier eigentlich geschaffen hast. Ja, hopp, salam. Drei der Münzen, vier der Münzen. Ja, also hier hast du schon etwas. Hier hast du schon etwas in der Hand, was du jetzt als dein Resultat, dein Ergebnis, dein Baby hier in Händen halten kannst. Du kannst hier etwas in Händen halten. Das kann natürlich sein. Das kann auch eine Schwangerschaft sein für manche. Wie gesagt, es trifft vielleicht für ein, zwei Personen hierzu. Ja, hier geht es überhaupt nicht vorwärts. Du fragst dich, wann kommt es endlich? Ja, wie lange dauert das noch? Und es geht dann hier sehr schnell. Und du wirst hier etwas in Händen halten. Das Baby oder ja, was auch immer. Worum es hier geht, an dem du hier eben arbeitest. Auf das du eben hier wartest. Auf das Resultat, auf das du hier hinarbeitest. Ja, gute Dinge brauchen Zeit. Das weißt du, glaube ich, am besten. Und kein Stress hier. Kein Stress hier. Die Resultate kommen, ja. Du wirst hier bald etwas Handfestes in Händen halten können, ja. Ob das in Form natürlich von Münzen ist oder etwas anderem oder einer festen Beziehung, Partnerschaft, die sich hier jetzt zeigt. Du wirst etwas hier in Händen halten. Und es wird definitiv hier vorwärts gehen. Rasant. Und ja, im Herbst könnte das hier wirklich sehr flott dann plötzlich vorwärts gehen, die ganze Angelegenheit. So, ich glaube, das sind mir zu viele. Ja, das sind mir zu viele. Maximal zwei, bitte. Eine oder zwei. So, wie geht es hier weiter? Britta, der Kerlchen. Hier kommen Nachrichten, positive Nachrichten auf dich zu. Vielleicht auch jemand, der hier auf dich zukommt, der sich hier mit dir treffen möchte. Ein Angebot könnte das natürlich auch sein. Man ist begeistert von dir, definitiv. Der Ritter der Kerlchen, der ist begeistert von dir, der möchte dich kennenlernen, der möchte dich treffen. Solltest du hier beruflich, berufliche Angelegenheiten gehen, erhältst du hier auch gute Angebote, Nachrichten, Anfragen. Man ist von deiner Arbeit, ja, sollte es sich hier um eine Arbeit drehen, um etwas, was du machst. Man ist von dir begeistert, ja, man ist von dir begeistert. Das kann aber auch dein Gegenüber sein, ja. Man ist von dir und deiner Art begeistert, ja. Wie du die Dinge handhabst. Holla, die Waldfee, der Magier. Es geht hier um eine Neukreation, ja. Mir kommt ja auch sehr viel Berufliches rein. Sehr viel Kreatives, muss ich sagen. Man möchte ja vielleicht mit dir gemeinsam etwas, ein Projekt angehen, etwas aufbauen. Ja, man ist ja begeistert von dem, was du hier tust, machst, was du hier vielleicht auch erreicht hast. Oder du möchtest hier mit jemanden, aber für die meisten kommt mir rein. Wenn jemand möchte mit dir hier etwas erschaffen, etwas kreieren in der Zukunft, ja. Wie gesagt, sollte das ein Partner sein, jemanden, den du kennenlernst, dann ist das auch hier der Fall. Hier zeigt sich noch das Rad des Schicksals, ja, 180 Grad-Wendung. Vor allem hier am Anfang, wo du es nicht sehen kannst. Etwas dauert vielleicht schon irrsinnig lange oder du siehst hier einfach keine Resultate, keine Ergebnisse. Es ist nichts Handfestes da, ja. Man arbeitet zu ihm, macht und tut, aber irgendwie sieht man es noch nicht. Keine Sorge, im Hintergrund wird hier sehr, sehr viel gemacht. So, auf die drei der Münzen und die vier der Kelche. Oh, Ritter der Stäbe, Sechs der Stäbe. Hier geht es um Sieg, Eroberung. Sieg, Eroberung, ein Ritter der Stäbe. Entweder hat sich jemand wirklich abgesehen, hier mit dir etwas aufzubauen und du nimmst das noch gar nicht so wirklich wahr. Hier hat jemand vielleicht ernste Absichten mit dir, möchte dich ganz, ja, möchte mit dir aber auch was langfristiges und du siehst das noch gar nicht. Kann ja auch der Fall sein, ja. Du siehst das hier noch gar nicht. Kann durchaus sein, dass dieser Ritter der Kelche die gleiche Person ist. Du erkennst es hier am Anfang noch gar nicht. Als du jetzt im Moment, nehme ich dich hier so wahr, wie lange dauert es noch, wann ist es endlich soweit. Hier ist schon jemand. Von den Sechs der Stäben hier auf den Ritter der Stäbe und hier kommt man auch direkt auf dich zu. Also hier möchte man dich treffen, hier möchte man mit dir reden, hier möchte man mit dir vielleicht auch näheren Kontakt, sage ich jetzt mal, ja. Mit den Neuen der Kelchen. Du bist hier glücklich. Hier kannst du es noch nicht erkennen und hier siehst du plötzlich, ja. Hier macht sich jemand bemerkbar. Hier macht sich jemand bemerkbar. Hier möchte dich jemand erobern. Was haben wir mit dem König der Münzen? Drei der Kelchen. Moment. Drei der Kelchen hier in diesem Zusammenhang. Ich würde gerne auf den Wagen hier noch eine Karte ziehen. Vier der Münzen zweimal. Es passt jetzt nicht ganz, aber mir kommt rein, dass du dir nicht ganz sicher bist. Du bist zwar glücklich, du freust dich, aber hier ist mir ein bisschen eine, du bist dir nicht ganz sicher, ob diese Person das ernst meint. Du schaust dir das mal an. Ich nehme hier wahr, du schaust dir die Angelegenheit hier mal an. Ob diese Person wirklich an dir festhält oder ihr offener und lockerer ist diesbezüglich, ja. Okay. Andererseits, weil es hier vermutlich sehr überraschend kam für dich. Für dich? Ja, ja, ja. Aber es kam nur für dich überraschend. Diese Person hat diesen Plan schon länger. Für dich kam es überraschend. Irgendetwas hast du nicht mitbekommen, glaube ich. Irgendetwas hast du falsch verstanden, falsch interpretiert, ja. Aber das macht gar nichts. Also wenn dich diese Person ja wirklich liebt und wirklich will, dann kannst du dich ja auch ein bisschen zurücklehnen und das mal beobachten. Um zu schauen, ob diese Person hier wirklich loyal ist, ist es wirklich ernst, mein, ja. Der Hierophant. Sehr, sehr schön. Hier haben wir auch die Bestätigung. Das Ganze soll so sein. Du sollst dich hier auch ein bisschen zurücknehmen. Ist ganz gut, dass du hier nicht gleich Feuer und Flamme bist. Die andere Person ist hier Feuer und Flamme genug für dich, ja. Bleib in deiner Energie. Schau dir das für dich an, sodass du dich dabei wohlfühlst. Ja, soll ja auch so sein. Der hohe Priester, definitiv. Neun der Münzen. Und du wirst noch wertvoller für diese Person. Hier haben wir die neun der Kälte. Du wirst da sehr zufrieden, glücklich hier wahrgenommen. Schöne Ausstrahlungskraft. Hier mit den neun der Münzen bist du eine irrsinnig wertvolle Frau. Falls du ein Mann bist, wirst du eine sehr, sehr wertvolle Frau hier kennenlernen, die für dich einen sehr großen Wert hat. Hier möchte sich jemand unbedingt mit dir treffen. Du kannst es auch genießen, ja. Ich sehe hier so, du genießt das, du beobachtest das, du machst dir keinen Druck. Es geht hier ganz von selbst hier vorwärts, ohne dass du etwas zutust. Hier am Anfang, ja, da bist du noch, da kannst du es noch nicht erkennen. Da siehst du es noch nicht, da bist du noch in der Unzufriedenheit. Auch der Münzen. Jemand, also diese Person ist hier definitiv bereit, hier mit dir entweder zusammenzuarbeiten, sollte es hier um berufliche, kreative Angelegenheiten sich handeln oder natürlich beziehungstechnisch hier an sich selbst und mit dir gemeinsam hier in einer Beziehung hier zu arbeiten. Jawohl, ja. Das Ganze hier zu polieren, aufzufrischen. Solltest du bereits einen Partner haben, ist das ebenfalls so, dass sich dein Partner hier dafür entscheiden wird, sich hier zu verbessern, zu bemühen, sich hier wieder ein bisschen mehr reinzuhängen. Sehr, sehr schöne Energien hier für das kommende Halbjahr. Ja, wir schauen gleich weiter rein in der weiterführenden Legung und zwar, wer ist diese Person, woher kennst du diese Person oder wo triffst du diese Person, wer ist das hier, inwiefern geht es hier vorwärts, ja, wie solltest du dich vielleicht verhalten und was geschieht. Hier ist das die gleiche Person, da schauen wir hier genauer rein. Woran wird hier gearbeitet? Wir schauen genauer rein mit den Rider-Waite-Karten und ebenfalls ziehe ich dir noch eine Herz- bzw. eine Glückskarte hier in der weiterführenden Legung. Wie gesagt, du kannst gerne dazukommen im VIP-Mitgliederbereich und ansonsten schau dir auch gerne deinen Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss!